Hilfe! Ja doch, wir kommen von hier. Bist du dir... Oh ja, okay. Jaaa, stimmt. Dann rollen wir eben zurück. Du rollst, ich renne. Mal schauen, wer schneller ist. Ja, du hast ja einen riesen Vorsprung. Ich glaube, die Rollen machen... haben dem Rennen nichts vor... oder nichts nach. Kann sein. Okay. Da sind wir wieder. Da oben, ein Bogenschütze! Wie wichtiger Punkt. Bring die schwarze Perle zum Noriband. Okay. Wo sind denn jetzt hier die Bogenschützen, die du gesagt hast? Da oben. Ja, dann lass mich die erstmal töten. Oh man, das sind echt viele. Noch nicht. Der Wald ist voller verborgener Wälder. Eine Lebensanzeige bei dem wäre halt ganz nett. Okay, jetzt kommen die ersten Orks. Ja, die musst du aufhalten, dann kann ich die Bogenschütze mir weghauen. Ja, allein, das ist ziemlich schwierig. Ja, aua. Du hast ja noch die andere. Die haben den Schild zerschlagen. Der Zwerg ist gestürzt! Unterstütze ihn! Okay. Ich bin halt auch fast tot. Das sieht nicht gut aus, so. Nee. In die Mitte, in die Mitte ist halt noch groß. Wieso sind da auch immer so viele von denen? Mit diesem blöden Hammer. Ja, das haben wir schon mal ganz gut verloren. Weil das kriegt sie nimmer hin. Doch, schnell. Go, go, go. Tschüss, tschüss. Oh wow, wow. Ich hab's. Dann belebe mich mal wieder. Autsch. Tja, hat nicht funktioniert. Ja. Hier sind echt scheiße schlecht. Los geht's. Unglaublich. Also wieder zurück. Wo geht's lang? Ein Orklager. Da vorn, eine Patrouille. Na, bleibt mal hier stehen. Haben wir jetzt die schwarze Pelle eigentlich noch, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich halt die Bogenschützen ausschalten muss. Und dafür müssen mir die Leute vom Hals bleiben. Sonst geht das nicht. Ja, aber... Wenn die auf mich draufknallen... Wir können ja jetzt eine zweite Verve Leute abwehren. Oh, die Perle ist weg. Oh, toll. Echt jetzt? Sie laden! Der Wald ist voller verborgener Bewegung. Brauche mehr Zeit. Okay. Jetzt geht's los. Ich nehm' ganz schön heftigen Schaden. Ey. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Unangenehm. Ey, diese Hammer Orks sind echt zum Kotzen. Aua. Okay. Ja, der ist bitter nötig. Oh, ich kann auch seinen rufen. Ich glaub' das brauchen wir hier fast. Weil anders überlebt man den Schmarrn nicht. Ich muss halt diesen Hammerschlag, der dich wegschlägt, ausweichen und den Rest blocken. Aber das ist echt schwierig. Ach. Oh, ich hab zehn Münzen gefunden. Boah, war schon wieder ein Drang. Die Verzweiflung. Die Verzweiflung. Ich hoff's. Ich kann immer rollen. Okay, alles klar. Danke. Weißt du nicht warum die den Schild von dir durchbrechen können? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass ich hier nur riesen Probleme hab. Ja auch. Ich komm' halt nicht an die Bogenschützer ran, sobald die diese Hämmerleute sind. Das nervt. Von, die sterben auch nicht, die Viecher. Der, jetzt ist er tot. Ich helfe dir. Irgendwo hat's noch einen Bogenschützen. Ich weiß aber nicht, wo. Ich seh' den nicht. Dahinten. Die halten extrem viel aus. Ah, dieser Bild. Wow, ich hab keine Pfeile mehr. Super. Da musst du pisten, Helman. Ja, während hier Orks noch rum. Das ist ganz, ganz schlecht. Oh ja, Blockbrecher. Das hat wir getrunken. Sehr schlecht. Boah. Verdammt, ich wollt' das nicht drücken. Ich hab' vielleicht keine Federn mehr. Bei mir klappt das nicht. Ich kann das. Ich kann den nicht rufen. Hast du überhaupt noch Federn? Ja, ein Stück. Aber ich kann, ich kann. Wenn ich 9 drücke, passiert nichts. Nein, du musst ja die 4 drücken. Oder was auch immer das bei dir ist. Oh ja. Ich hab' zwar die Pferle gefunden, aber das bringt mir nichts. Wow, sind das viele. Wie soll ich das ohne Pfeile schaffen? Ich bin bald am Ende. Ich bin bald am Ende. Ich komm' halt zu gar nichts, weil da tausend Millionen Gegner sind. Ich komm' halt zu gar nichts, weil da tausend Millionen Gegner sind. Ja, kommt. Kommt mir auch da zu kurz. Also. Einer weniger. Hier, hier, zu mir, wenn ihr Heilung braucht! Hab' ich schon wieder einen gerufen? Kann's doch nicht sein. Ah, hast ja bald keine Federn, dann passt das. Ja, nein, das ist doof, weil für'n Boss oder für'n Troll werden wir die brauchen. Ich bin fertig. Ich hab' keine Munition mehr, also das müsst ihr irgendwie machen. Zu dem 100, 109 ab. Ähm. Ja. Komm schon, Swerf, wir haben noch Feinde zu besiegen. Ich find' leider nur Münzen in den Drohnen hier. Gibt' keine Zeile für mich. Okay, ich glaub' eine Bogenschütze ist weniger. Oh, wow, jetzt sind wieder Bodentrumpen da. Ja. Warum komm' ich da eiskalt um? Also, ich habe nichts mehr. Also, ich habe nichts mehr. Sein Schwert rasselt, kommt nicht aus. So. Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Einstellungen, Eingabeeinstellungen, Tastaturkonfiguration. Wo ist das jetzt? Au. Du für Adler. Weißt du was? Das mach' ich jetzt auf... Zehn. Ja, auf, auf Null oder so. So. Akzeptieren. So, jetzt ist es auf Null. Das heißt, ich werde es kaum drücken können. Sehr schön. Gut. Haben wir jetzt alle tot? Weil die Musik immer noch so kritisch ist. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Ist halt doof ohne Pfeile. Ohne Höhle. Das riecht noch teuer. Ja, Adler kann man in der Höhle nicht rufen. Geht leider nicht. Zerken. Ist ja widerlich. Und natürlich können wir es ja nicht kaputt machen. Nein, wir müssen... Wir müssen warten. Okay, hier gehts weiter. Ich hoffe dahinter ist ein Shop. Sehen wir gleich. Erstmal. Ja, genau. Und ich habe keine Pfeile mehr. Super Sache. Wenn es nur einer... Weeeeee. Viel Eiber ist. Na ganz toll. Wenn es nur der eine ist, gehts ja. Aber wenn es wieder zwei, drei sind, dann... Ein Troll. Seid vorsichtig! Eintroll Ja, da hat es mich erwischt Geht hier in Deckung! Ich werde euch von ihren Pfeilen schützen! Wow 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 Ganz langsam hier Mist Wow 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 Hat immer schlägt Hört doch ab Boah, die Blödtroll Na komm Also gegen so einen Troll läuft es echt gut Ja Ein Troll ist kein Problem So, jetzt rage da noch Ich frag mich, wann wir mal wieder den gelben Pfeil bekommen Damit wir so einen schönen Komboangriff starten können Aua, das hat weh getan Ich brauch ne Auszeit Toll, hab's nicht geschafft Wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen Danke mein Freund, ich stehe in deiner Schuld Puh Gibt's hier, hier gibt's so Plünderteile, ne? Oh ja Am Rand Oh, ich muss ganz dringend schmieden Also wenn es nicht bei einem Teleportpunkt kommt, dann weiß ich auch nicht Ja, ich auch nicht Das war ein Trank Nice Wenigstens hab ich ein paar Pfeile bekommen So Na also Oh, sehr schön Okay Der im Netz gehüllte Wald So, da hinten geht's nicht zurück Setzt den Weg zum Haus von Radar das Wort Wahrscheinlich kriegen wir erst ne Radar das Haus Oh nein Oh mein Warte mal, da hinten ist so ein Toter Ork Okay, die sind ekelhaft Na, wenigstens kann man die recht schnell killen Ja, viel Rüstung hat so ne Spinne auch nicht Sind ja keine Kriegsspinnen Oh, kommt noch Naja Zerglinge halt Halt, hier kann man was plündern Ich hab nie so große Orks gesehen Ich auch nicht Ja, noch keine Orks Na gut Uah, die ist echt groß Ist wahrscheinlich Mama spinnig Naja Wenigstens kann man die gut schlachten Und Spinnfleisch ist ziemlich nah Je Ich kann das noch nicht tun Oh Oh, der fand noch so ne Mamas Spinne Ich bin schwer verletzt Ich bin schwer verletzt Ich brauche hier mal ne Auszeit Kann die nicht wieder hier heilen, das Licht der irgendwas machen? Ach, keine Ahnung Ja, genau Oh wow, bin ich low Die Spinnen Nerven Mach mal so nen Wirbel am Griff Kann ich grad nicht, jetzt sein Ja, der hat sich schön gelohnt Kannst nicht mehr viel einstecken Die Mamas Spinne, die lebt ja immer noch Der hat nix mehr lange Aber ich glaube, ich brauche auch nichts damit Oh Lebst du wieder? Was macht der Spinne jetzt los? Ja, das ist so ne Ultraspinne Wahrscheinlich Kankras kleine Schwester Oh, oh Die, die unsere Freundin Ich kann mich nicht Ich stehe in deiner Schuld Ja, also Wow, ich hab nicht mal Level abbekommen bei den ganzen Mist Kann mir noch irgendwas plündern? Ähm Oh ja, hier gibt's noch Plündereien Da müssen wir jetzt echt gut aufpassen, dass wir da nix liegen lassen Weil die Spinnen, die haben ja immer ganz, ganz viel Zweigs Spinnen Oh, ich glaube mein Schwertzer bricht fast Das müssen echt mal die Portion Schau halt, ob du ein besseres hast Oder ein anderes, das auch halbwegs zu gut ist Guck mal kurz nach meiner Kappe Oh, ich muss die Kappe ablegen, die zerbricht mir gleich und ich hab keinen Ersatz Ach ne, ist nur mein Schulterteil Ja Okay, dann laufe ich jetzt ohne Kopfbedeckung rum Oh, stimmt Patrick, hilf mir So Okay, hinter mir ist die große Zwei große Äh, irgendwas Irgendwas Wo bist du denn? Ach du lebst ja noch Irgendwie hab ich dir jetzt ne Kombo Was weiß ich Ich dachte du wärst tot, stand grad da, dass du am Boden bist Ja, die hat mich an den Haufen gedrückt Dann muss ich an die linke Maus das zu drücken Ach so Aber jetzt können wir das Nein, oh, gut Ähm Kannst nicht mehr viel einstecken Ach so Aber ist gut wenn sie das machen, weil dann kann man so mit dem Boden Ich bin am Boden, ich brauche Hilfe Elven, das war äußerst knapp Das ist ja echt schön, dass die Spinnen warten bis sie mich wiederbelebt Besser als die blöden Orks Ist diese Monsterspinne jetzt tot? Okay Immer noch kein Level ab für mich Na dann Gibt's hier noch irgendwas zu blindern? Ja Okay, dann gehen wir mal weiter, glaube ich Okay, keine Spinnen mehr Wir müssen nah bei Radagasts Haus sein Wir haben noch mehr Bogenschützen hergebracht Ach nein Orkses Hey, da kann ich nicht hinlaufen, was soll denn das? Wo sind die Bogenschützen? Ich seh die durch das Dickicht gar nicht Ah, da hinten Okay, Hammer, Leute Ich find's, ich tue mir Oh oh Autsch Komme Ah, warte, mir da zum Bogenschützen Kür Kann nicht mehr viel reinstecken Noch nicht mehr rein Oh oh Da braucht nur jemand Hilfe Ah, wie drück ich E? Oh Hilft die dir? Nee Ich kann nicht E drücken, es klappt nicht Es klappt einfach nicht Ich konnte nicht E drücken Ich hab's tausendmal beharrten Es funktioniert nicht Ja, ich kann's ja nicht ändern Ich drücke und drücke und drücke und passiert nichts Das war jetzt Kritik an alle Sie haben noch mehr Bogenschützen hergebracht Wow, ist das ja echt meinem Pfeil ausgerichtet Wo ist denn der andere? Irgendwo dahinten Ich seh den dahinter nicht Okay Okay Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein Oh, wie viel die halt aushalten, ne? Noch nicht Oh, sehr schön Alter, was ist das für eine Wirbelattacke? Kein Wunder, dass wir da sterben Lebst du wieder? Die war am Boden, ja Wir müssen diesen Doppelschwertkämpfer töten Jetzt haben wir eine Wirbelattacke gemacht, der nimmt ganz schön Stress Okay, okay Ist er tot? Das muss warten Warte mal, hier liegt noch irgendwas rum Heilmittel, sehr schön Ich kann das noch nicht tun Komm schon Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen Aua Ja, ne, ich rolle, aber er rollt nicht Ey, das Spiel verarscht mich halt noch Strich und Faden Okay, jetzt stelle ich mich noch hier rein, diesen Heilkreis Weil das brauchts jetzt eigentlich